Es ist nicht mehr so cool, dass es halt einfach schrecklich, aber nicht von Schreck aus ist. Mal schauen wir den Typ dir mal an. Der heißt einfach Zornhubti. Muss ein Bob sein. Ich meine, was ist mit seinen Eltern los? Haben die ihn gehasst von Anfang an? Ich meine, wahrscheinlich schon. Ich würde ihn hassen. Ja, versteht euch. Er ist halt einfach krank. Es ist einfach nur krank. Fucking nein, verpiss dich. Fucking nein, verpiss dich. Gerade kein fucking für dich. Glaubst du, der Typ wird krasser, wenn dich im Essen geht? Was mag der? Mag der Weizenmarkt auf jeden Fall nochmal. Was hast du gerade, um bei Fire Emblem zu gucken, was sie am liebsten essen? Aber Fire Emblem voll geil. Ja. Und Joel ist ja wieder glücklich. Ja, ernsthaft feiernd. Ja, ich weiß. Hier, für dich. Hier, für dich. Da, da, für dich. Ich will das jetzt nicht. Doch. Doch, doch. Johnny. Was? Nein. Will ich? Nein. Doch, doch. Nimm. Da ist kein Bock. Nimm. Nimm. Nein. Du, du nimmst, du nimmst es jetzt. Nein. Alter. Selber alt. Alter. Mann. Was nimmst du jetzt aber zurück? Du willst gar nicht wissen, wie krass ich bin. Glaubst du, wir brauchen Smooth Stone für die Kapelle? Ist das der hässliche? Das ist, wenn man Clean Stone weiter brennt. Ähm, in Misa sieht der kacke aus. Das muss ich mir ansehen. Ich weiß nicht. Mach mal erstmal, ich brauche erstmal einfach nur Clean Stone auf jeden Fall. Ähm, zu spät. Also, ich weiß nicht, was wir alles benutzen. Ich will es auf jeden Fall aus Stein machen. Wir machen jetzt auf jeden Fall gerade viel Smooth Stone. Ja, mach mir. Ich brauche ja auch immer noch von dir, wie dein Fenster aussehen soll. Das ist doch wurscht. Ne, ich brauche die Größe. Aber ich weiß das noch nicht. Ey, lass uns pennen gehen. Ja? Ja, Mann. Ja, Mann. So richtig. Rechtsklick ins Bett rein. Oh! Okay. Bin nur unterwegs. Und... Sagt mir, wer im Bett hat, ich bin dann raus. Jetzt kann ich! Okay. Ah, dumme Scheiße, ey. Creeper sind ge- ekelhaft. Wir brauchen übrigens noch geile Bögen. Aber da kann man kein Mending drauf machen. Wenn wir Infinity drauf tun. Wieso hebt sich das auf? Nein, weil es einfach nicht geht. Krass, oder? Wieso geht nicht beides? Ja, es geht nicht beides. Genauso wie man bei Rüstungen nicht mehr verschiedene Protections drauf haben kann. Ja, deswegen ist Protection einfach besser. Blast Protection ist halt kackig. Richtig. So, was gibt's noch? Efficiency kann man höher haben, gell? Mann, ich brauche einfach... Ich... Ah, scheiße. Ich hole Leder. Ich suche Leder. Ja, Mann. Richtiges Leder! Du hast die Q-Farm... Hast du die schon geledert, oder? Und nicht? Bitte erstmal die Q-Farm. Nimm mal Leder aus meiner Kiste in der zweiten, oder woher das sein muss. Nein! Okay. Weil ich will die letzten 19 Level, dass ich mir mein Schwert nicht machen kann. Und gehe ich dann gerade ein bisschen hinterher, diese Level für mich zu bekommen. Was kann... Leder kann aus Kühn, was noch? Es gibt Hasenleder, was man glaube ich zu richtig im Leder machen kann, wie Pinocchio. Ah, und Pferde. Ja, aber das lohnt sich auch nicht. Es ist wahrscheinlich besser, einfach nur Kühe zu schlachten. Naja... Wahrscheinlich. Das ist traurig. Aber Franz... Ah, das ist das... Naja... Der Schnusler Das ist korrekt. Uiii! Uiii! Ich mag Boote. Und sie mögen dich... pant-pop. boot entfernung klick ein klick ja doch so eine art aber das war auch nur ein einziger klick über gehört hat das war so die prozent schienen wer klick richtig die nase juckt machst du tot aber ich will ich gar nicht will ich nicht machen wenn krumm zusieht krumm hat sowas noch nicht gesehen der war bisher nur in der hölle krumm ist auch also ich brauche nun die magische kraft eines leders alles klar ich baue gerade treppenhaus ist ja krass wieso ist hier schon wieder so dunkel weil ich im schatten stehen schatten meiner selbst eier sind keine veggie scheiße die sind nicht befruchtet ich habe sie da rein eben weil sie aber für mich auch kein fleisch sondern hast du die kiste eigentlich betitelt mit leder nein du bist auf der falschen seite wenn du reingehst ins lager gleich rechts die zweite kiste ganz am boden ja ein bisschen habe ich für eigene bücher gebraucht habe ich wohl gleich eine neue ladung auch die übermäßig fehlen chicken nuggets kaputt machen finde ich sexy das was bedeutet essen ich hole mir jetzt zucker war ja wobei ich gemerkt habe ich brauche ja gar nicht mehr so viele bücher selber auf jeden fall nicht für meine schärfe scheiße weil ich fertig so gut lili wie heißt er die tut dann lili bambu zuckerrohr ernten glaube ich auch gesagt haben zu die kül zu die kül zu die kül 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 man die nachricht hat sich jetzt vielleicht etwas unwichtig angehört aber ich fand es sehr wichtig dass du das wirst ja ich weiß ich habe gar kein weizen aber ein kind das ist unpraktisch schon bei den kühnen ach so das ist etwas scheiße ich will jetzt nicht kuhzeug dann gibt es ja leder für den kleinen schwerwehr ja freundlich leder ist ab schau mal deine farm im gegensatz zu der von sind die sind ich habe bei sind die sind 20 sugarcane bei deiner mit der bei rob lande war so mehr als drei stacks ja bei sind die läuft sich automatisch wird es automatisch laufen das ist immer auch besser weil du musst halt immer noch bei meiner rumlaufen und da hat man nicht immer ob ja und das problem bei sind ist aber auch ich sehe gerade dass sugarcane dass die nicht ganz bei den dingen zu landen die landen auf dem block darunter und von schule käme nicht ins wasser rein das wissen scheiße ist deswegen müsste jetzt wahrscheinlich mit sticky pistons machen weil die pisten die ausgefahrenen lassen das durchfallen ganze blöcke die mit sticky pistons geschoben werden glaube ich nicht ja weil die sich immer bewegen man könnte auch einfach machen dass die in der sekunde oder so draußen bleiben so wie viel papier habe ich jetzt schauen wir mal so sechs drei stacks und noch was ich sollte euch machen du bist jetzt bald einem leder bädern oder ja ich bin grad am weizen schweizen und dann würde jeder gewidert kann ich dann schon mal so voll richtung kuhfarmen gehen nein scheiße scheiße was mache ich jetzt ein ganzes leben also es wäre es für nichts gewesen spiel tief und fünft heraus wenn man eine pferde gestohlen hat deine pferde also die sind ja auch nirgendwo zu finden ja die sind weg also zwei weiße dabei was heißt die waren auch nicht hinten wo ich ein komisches pferd gefunden habe warte mal die sind weg die rennt doch nicht einfach so ins nichts ich glaube einfach irgendetwas hat die getötet ja und und der zaun ist weg und zwar nicht nur einer das in endermann das gemacht hat sondern die ganze riege war weg ja aber warte mal hat lutz nicht sogar in der letzten aufnahme sich gefragt ob die töten darf kann sein hat aber nicht immer natürlich nicht ja die waren halt noch da als er schon nicht mehr mitgespielt hat mhm der soll nur weizen anpflanzen das mache ich so sauer ich lege jetzt den hebel was magst du den weizen holen oh geiles nitschtuch also wie lange das dauert warum tut der dann nicht immer was ach gott ich weiß ja nicht entweder hatte jemand eine sehr ineffizient oder zu schnell laufende redstone clock für irgendwas oder ein hühnerspaßbad eskaliert ja das mache ich auch gleich kaputt das ich habe ja immer mal wieder microlex drin und ich weiß nicht ja ich bin einfach dabei also irgendwas läuft gerade nicht so richtig also das hier für den mini pipipam hier unten ja weiß nicht das ist der hässliche killer übrigens sechs bitrucks haben aufgehoben aus einem grund ja ich weiß nicht zu mir das wasser kriegt jemand kein leben das sind nicht meine ja meine auch nicht die lagen aber hier ja und glaubst das gehört mir was ich gerade klauen das ist fair hier sind die red steine eins ist nicht ja das eisen das eisen das eisen das eisen in deinem haus das eisen ist eisen man kommt nicht an das eisen was machst du jetzt wir müssen auch mal so ein riesen ober mega ultra riesenfeld machen mit weizen also wirklich ober riesig aber nicht so ab und so einfach was cool aussieht ja ich weiß sogar wir können bei der kapelle an so ein kleines eigenes dorf machen weiß dann ist das so eine kirche mit dem dorfen behindert weil sie gläubig sind genau genua genau genau so jetzt habe ich so ein arsch voll weizen das ist richtig geil wenn es zwei neue que rauskommen mindestens die folge nicht ich dachte die fische werden weg hatte die nicht mal mehr nein war nicht mal ein puffer fisch rein ja aber der war drin bevor die alle es ist nacht schon wenn wir jetzt kurz das gäste wird ok ähm ich schlafe im gäste bett ich lieg auch im bett das ist ganz komisch warm ja das war auch mal eklig egal ist tag ok ok auch ok hä 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 fußsporn was ist das hier für ein was baut der hier wie geht's einfach da raus bist du grad bei meinem turm wo ich weitergebaut habe vorhin ich weiß es nicht möglich es ist nicht ganz es ist nicht ganz der weg den ich erhofft habe ja es ist ein hexe außer lamas können lachen ja ich habe gerade eine hexe gehört erlaubt es auch eine spinne ja da wird es wahrscheinlich etwas böses sein ich gehe da mal nicht so voll cool wenn wir eine hexenfarm hätten weil die tropen irgendwie zehn verschiedene items oder so ja klar das rest von zeugs und so ist halt immer einzelnes billows scheiß zeugs warum brauchst du jetzt verstehe ich nicht die trocken redstone die trocken glowstone die trocken glaube ich glas flaschen trocken zucker das kann auch ganz viel dran gehen gehen die die entziehen ja sehr cool wenn du mir nicht ich mag dieses geräusch nicht warum fehlt hier eigentlich bei den dingern da haben die tiere mal rumgetrampelt als plötzlich irgendwelche frei war fragt hast du nicht was wissen nein ich vergesse nämlich immer wenn ich herkomme ich glaube ich habe baby für augen die sind ganz schön dumm die babys ich halte hier kohle und die gehen nicht mal zu mir normalerweise ist es die einzige möglichkeit wie man kinder und zwar jedes kind andocken kann ja deswegen gibt es das auch zu weihnachten immer das weiß ich übrigens weil ich selber mein kind war und nicht weil ich das mal gemacht habe du hast mein kind ja unglaublich ich dachte war schon immer sieben ja und dass man schon lange kein kind mehr in meinen jungen sieben jahren also damals als ich noch sieben war im vergleich zu jetzt wo ich sieben bin da gibt es schon große unterschied ja zwischen sieben gewesen seien liegen ganzes wort und denkt mal dran wenn es irgendwann mal zu sieben geworden werden sein kommt ja dann ist nur schluss mit lustig du hast auch schon ich schneide die rippchen gleich aus den vierern raus aber du halbierst die anzahl der kühe ist es ja krass von dir ich glaube ich senke sie auf ein drittel weil zwei kühe machen ein baby dann lass ich nur die babys übrig ja gut wenn du halt die babys noch mit schon mit selbst dann ja wenn ich die babys nicht mit zählen dann mache ich den ganzen stand das kommt drauf an an welcher stelle die babys mit zählen weil wenn du davor hattest du die doppelte anzahl also dreifache nein wenn du rechnest bevor du die babys gemacht hast mit deinem körper hast so ja 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 dann ist ja gut dann ist dir du 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 soll ich mit meinem schwert eigentlich sein nein du wirst du bist du nutze ja weil ich man auch ein bisschen Du wolltest das Leder, oder? Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Jo.